Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen M23-Server installieren könnt und das mit einem Skript, was die ganze Installation für euch quasi vollautomatisch vornimmt. Erstmal grundsätzlich, wofür ist dieses Skript eigentlich geeignet? Also es ist erstmal für Debian 10 bis 12 geeignet, für UCS, also den Univention Corporate Server und für Raspberry Pi OS. Ja, das in Klammern, weil ich das schon länger nicht mehr angefasst habe. Also ich bin eigentlich komplett zu Debian rübergeschwenkt, auch wenn ich das auf dem Raspberry Pi betreibe. Also ich denke mal, es funktioniert immer noch genauso gut wie früher, aber ich würde eher zu einem Debian raten, auch auf dem Raspberry Pi, also das Original anstelle von dem Modifizierten hier. Dann haben wir als Plattformen eigentlich jede CPU-Architektur, die unter Debian auch unterstützt wird. Also das ist nicht bloß 32-Bit und 64-Bit für PC, sondern auch sowas wie RISC-V und ARM64. Also wirklich alles durchgängig, was unter Debian unterstützt wird, denn die M23-Pakete, die Software ist nicht abhängig von irgendeiner Architektur. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch direkt auf einem Server installieren, auf dem sich schon ein Debian oder ein UCS befindet, direkt mit dazu installieren. Ihr könnt eine Vollvirtualisierung verwenden, also eine Virtualisierungslösung, die einen kompletten Rechner nachbildet, sowas wie VirtualBox oder KVM. Oder ihr könnt auch eine Containervirtualisierung wie LXC zum Beispiel verwenden. Oder was in dem Proxmox auch drin ist als Containervirtualisierung, könnt ihr auch nehmen, was letztendlich auch wiederum ein LXC ist. Ihr benötigt eine Internetverbindung für die Installation. Also die Pakete werden aus dem Internet heruntergeladen und üblicherweise auch für den Betrieb. Denn die Software, die ihr auf euren M23 Clients installiert, wird erstmal auf dem M23 Server zwischengespeichert und von dort dann weiterverteilt. Und die Pakete kommen normalerweise direkt aus dem Internet. Ihr könnt es auch anders konfigurieren, sodass dann keine Internetverbindung mehr benötigt wird, wenn ihr ein geschlossenes System habt. Aber für die Erstinstallation und wahrscheinlich auch das Bauen von einem Paketpool auf dem M23 Server, braucht ihr eine Internetverbindung, damit ihr nachher davon unabhängig werden könnt. Ja, es gibt auch wiederum andere Methoden, aber im Zweifelsfall fragt bei mir nochmal nach, ich biete auch Services für ganz spezielle Setups an. Dann braucht ihr eine statische IP-Adresse, die in eurem Netzwerk natürlich verfügbar ist, die nicht anders belegt ist und die auch unterstützt wird innerhalb von eurer Virtualisierungsumgebung oder von einer Containerumgebung oder vom Blech oder was auch immer. Dann muss natürlich auch die Netzwerkkarte unterstützt werden, beziehungsweise die Virtualisierung davon, dass das Ganze überhaupt funktioniert, aber das ist mehr oder weniger selbstverständlich. Und wenn ihr Virtualisierung macht, braucht ihr den Modus Netzwerkbrücke, beziehungsweise Bridge Network, wie auch immer das da bei euch genau heißt, damit sich dieses System innerhalb vom Netzwerk verhält wie ein dedizierter Server. Als groben Richtwert für die Festplatte würde ich euch 25 GB empfehlen. Das hängt allerdings davon ab, wie viele verschiedene Pakete ihr auf einem kleinen System installiert. Wenn das wirklich sehr viel ist und ihr vielleicht verschiedene Distributionen parallel installieren wollt, dann braucht ihr mehr und sonst ein bisschen weniger. Aber 25 GB würde ich sagen, sind ganz okay. Ansonsten sind die Anforderungen von M23 jetzt nicht so groß. Also mit einem Gigabyte RAM kommt ihr normalerweise ganz gut hin. Genauso auch mit einem CPU-Kern. Das reicht üblicherweise. Wenn ihr jetzt aber vorhabt, sehr viele Systeme gleichzeitig mit M23 zu installieren, dann braucht ihr auch mehr. Aber für so eine normale Umgebung kommt ihr damit ganz gut zur Rande. Die eigentliche Installation läuft doch sehr einfach ab, also überwiegend auch nicht interaktiv. Also ihr müsst dort nicht irgendwie eingreifen. Das Ganze sieht dann so aus, dass von meiner Seite ein Skript runtergeladen wird über das Tool WGET. Damit kann man einzelne Dateien aus dem Internet runterladen und ablegen. Und das ist die Datei, in der das Ganze gespeichert wird. Und hinterher machen wir die Datei ausführbar. Können nochmal mit less reingucken, dass in diesem Skript kein Unsinn drin ist. Das könnt ihr allerdings auch weglassen, wenn ihr mir vertraut. Und dann wird das Skript ausgeführt und dann läuft es durch. Das gucken wir uns jetzt zusammen auch nochmal in der Konsole an, wie das Ganze wirklich funktioniert. Ich bin jetzt hier erstmal auf dem Desktop-System, wo ich auch direkt vorsitze. Ich verbinde mich jetzt mit meinem M23-Server und verwende SSH dafür. Das ist so ein Protokoll, mit dem ich mich darauf einloggen kann und dann ein Text-Terminal habe. Dann M23-Admin, das ist mein nicht privilegiertes Konto, mit dem ich mich über SSH einloggen kann. Das heißt bei euch höchstwahrscheinlich irgendwie anders. Dann kommt Edge und dann kommt die IP-Adresse von meinem M23-Server. In meinem Fall ist das das hier. Da ich mich das erste Mal mit diesem System verbinde, kommt hier so dieser Fingerabdruck, der denn so ist, damit ich überprüfen kann, dass die Gegenstelle, mit der ich jetzt kommunizieren möchte, auch wirklich diejenige ist, mit der ich das machen möchte. Da das innerhalb von meinem Netzwerk ist und ich denke, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe, würde ich das jetzt einfach so akzeptieren mit Yes. Ich gebe aber natürlich die Möglichkeit, das nochmal zu überprüfen. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, wie man sowas genau macht. Aber ich nehme das jetzt als sicher an. So, jetzt gebe ich mein Passwort ein. Und ich brauche Root-Rechte dafür. Das mache ich unter dem Debian mit su- und gebe mein Root-Passwort ein. Dann gucke ich an, ob ich Wege drauf habe. Habe ich auf diesem System. Und dann kann ich eigentlich auch schon direkt loslegen. Ich mache das jetzt einfach mit Kopieren, Einfügen. Das könnt ihr ja genauso machen. Nehmt das einfach direkt aus den Folien. Die sind beim Video auch unten drin verlinkt. Also runterladen von dem Skript. Das hat jetzt funktioniert. Ist jetzt auch nicht so groß. 6,65 Kilobyte. Dann als nächstes einmal ausführbar machen. Dann gucken wir auch nochmal ganz kurz rein, was da so drin steht. Also da steht dann drin, dass Pakete aktualisiert werden, dass die Information über Pakete abgeholt wird, dass hier mein Signaturschlüssel eingetragen wird, dass die Pakete nicht verändert wurden. Dann haben wir hier das Hinzufügen von meinen Paketquellen. Zuerst gibt es ja noch ein bisschen Spezialkrams, damit Pakete dort auch richtig nachinstalliert werden können. Und dann haben wir hier Vordefinierung von verschiedenen Konfigurationsvariablen, so dass die Installation ohne Rückfragern euch durchläuft. Ja, und am Ende wird wirklich hier M23 installiert. Und ja, dann gibt es noch ein bisschen Fehlerüberprüfung, ob einzelne Komponenten laufen, ob M23 installiert ist, das Paket, ob Appeticature da ist, MariaDB bzw. MySQL, ob OpenLDAP läuft und so weiter und so fort. Und ganz am Ende gibt es nochmal eine Information dazu, dass man sich jetzt mal einloggen kann. Das machen wir ganz am Ende auch nochmal kurz. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass da eigentlich das drin ist, was drin sein soll, können wir das Skript anstarten. Und jetzt werden Paketinformationen aus dem Internet runtergeladen, Signaturschlüssel importiert und viele weitere Punkte. Das dauert jetzt je nach Internetverbindung ein bisschen länger oder geht ein bisschen schneller. Und das Entpacken, da braucht ihr denn ein bisschen mehr CPU für. Und wenn ihr ein SSD habt, geht es natürlich auch noch schneller. Ein kleines Problem, was bei euch vielleicht auch auftritt, ist, dass der LDAP-Server ein paar mehr Anläufe braucht, bis er auch die TLS-Verschlüsselung aktiviert. Von daher kommt das hier ein paar Mal mehr. Aber üblicherweise ruckelt sich das auch zurecht, dass es hinterher auch wirklich funktioniert. Wie jetzt. Und dann läuft die Installation auch bis zum Ende durch. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich durch mit der Installation. Jetzt können wir einen Webbrowser nehmen und uns dort einloggen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich habe jetzt die URL hier in so einen Firefox mal reinkopiert mit HTTPS. Da kriegen wir jetzt eine Warnung, die darauf zurückzuführen ist, dass dieses SSL-Zertifikat selbst signiert ist. Das unterstützt kein Browser von Haus aus, weil das nicht mit einer Zertifizierungsstelle signiert wurde, die der Browser unterstützt. Also von daher einmal auf Erweitert und Risiko akzeptieren und fortfahren. Ja, und schon sind wir auf der M23-Oberfläche und können anfangen, unsere M23-Systeme damit hochzuziehen. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ihr installiert vielleicht mal einen M23-Server auf einem vorhandenen Debian, auf einem UCS oder vielleicht ein alter Raspberry Pi, der so ein neues Leben wiederbekommt. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen oder Dienstleistungen rund um M23 haben möchtet, wie Administration, Paketierung, Entwicklung von Erweiterungen für M23 oder sonst irgendwas, könnt ihr euch natürlich an mich wenden, denn ich biete Dienstleistungen dazu an. Ich entwickle halt M23. Genau, ansonsten abonnieren, Glocke drücken. Bis dann und macht es nach oder lasst es bleiben. Ja, und tschüss. Musik 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 Musik